Mir gefällt die Berlin. Berlin ist die Stadt meiner Wahl. Ich bin hier vor zehn Jahren hergekommen, weil ich ursprünglich ein Projekt machen wollte mit Hundescheiße. Denn diese Stadt produziert mehr Hundescheiße als jeder andere auf der Welt. Das wird bisher nicht kommerziell genutzt und ich möchte das gerne gewinnbringend vermarkten. Aber ehrlich gesagt habe ich in den zehn Jahren noch keine richtig gute Idee bekommen und ich warte noch auf eine. Wie gefällt dir die Typo Berlin? Typo Berlin ist toll und ich komme immer sehr gerne hierhin, wenn ich eingeladen werde. Wie gefällt dir die Comic Sans? Comic Sans? Ist das eine Zeitschrift? Nein. Comic Sans, Comic Sans, Comic Sans. Nie gehört. Und wie gefällt dir Manuel Ecker? Manuel Ecker. Manuel Ecker ist mein Bruder. Das wissen die meisten gar nicht. Wir sind schon während der Geburt getrennt worden, weil wir haben zwar die gleiche Mutter, aber zwei verschiedene Väter sind trotzdem Zwillinge. Und da das so schwer zu erklären war, sind wir seit der Geburt getrennt und haben es auch seitdem nie wieder gesehen. Und ich hoffe auf eine Begegnung mit Manuel Ecker. Okay, vielen Dank. Gerne.